Michel aus Lönneberger Ja, dieser Michel aus Lönneberger, das war ein kleiner, lause Junge. Nicht halb so artig wie du, aber seine Mama hatte ihn trotzdem lieb. Michel ist ein netter, kleiner Junge, sagte sie. Michel wohnte auf dem Bauernhof Kathult in dem Dorf Lönneberger. Das liegt in Smorland und Smorland ist ein Teil von Schweden. Dort wohnte er mit seiner Mama und seinem Papa und seiner kleinen Schwester Ida und dem Knecht Alfred und einer Magd, die Lina hieß, und einer kleinen alten Frau, die ihm haushalf. Und die hieß Gröser Maja. Es gab auch Pferde und Kühe in Kathult und Schafe und Schweine und Hühner und eine Katze. Aber was es am allermeisten gab, das war dieser Michel. Oh je, Mine, oh je, Mine, was für ein Kind, sagte Lina immer und immer wieder. So einen Bengel wie den habe ich noch nie gesehen. Sie konnte Michel nicht besonders gut leiden. Aber Alfred hatte ihn sehr gern. Zwei schöne Sachen hatte Michel. Seine Büchse, das war ein Holzgewehr, das Alfred ihm geschnitzt hatte, und seine Mütze, die sein Papa ihm in der Stadt gekauft hatte. Ich will meine Müsse und meine Büsse haben, rief Michel abends, wenn er schlafen gehen sollte. Müsse und Büsse, sagte er, weil man in Smorland so spricht, und Michel war ja Smorländer, wie du schon weißt. Michel machte fast jeden Tag Unfug, und davon will ich dir nun ein bisschen erzählen. Einmal feierte man ein Fest in Kathult. Da wollte Michels Papa die Fahne hissen. Michel und Ida standen neben ihm und sahen zu. Aber dann musste Michels Papa für eine Weile weggehen, weil er einer Kuh beim Kalben helfen sollte. Als nun Michel und Ida so allein dastanden, kam Michel auf die Idee, Klein Ida statt der Fahne an der Stange hochzuziehen. Ida war sofort einverstanden, denn es machte ja Spaß, so hoch hinaus in die Welt zu kommen. Ich sehe ganz Lönneberger, schrie Ida. Ach, bloß Lönneberger, sagte Michel. Willst du wieder runter? Nein, Ida wollte nicht wieder runter. Sie wollte ganz, ganz lange oben hängen bleiben. Oh, jetzt kommt unser Besuch, schrie sie, denn sie sah die Pferdekutschen den Hügel nach Kathult heraufrollen. Aber noch jemand kam in diesem Augenblick, und das war ihr Papa. In Windeseile holte er Ida vom Fahnenmast herunter, und dann packte er Michel und brachte ihn in den Tischlerschuppen, wo Michel immer sitzen und über seinen Unfug nachdenken musste. Aber sie wollte doch Lönneberger sehen, sagte Michel und weinte. Und deshalb musstest du sie gleich an der Fahnenstange hochziehen, sagte Michels Papa. Er war furchtbar böse auf Michel. Michel saß dort in seinem Tischlerschuppen und dachte eine Weile nach. Aber nicht sehr lange. Rate mal, was er dann tat. Er riss aus dem Tischlerschuppen aus. Ich kann doch hier nicht mit leerem Magen hocken, während die anderen beim Festessen sitzen, dachte er. Also legte er ein Brett vom Fenster des Tischlerschuppens hinüber zum Fenster der Vorratskammer. Und dann kroch er hinüber. In der Vorratskammer bewahrte Michels Mama in einem großen Schrank ihre guten Würste auf, die bei dem Festmahl gegessen werden sollten. Ich esse auch sehr gern Wurst, dachte Michel. Später kam Lina, um die Würste zu holen. Aber sie fand keine einzige Wurst im Schrank. Sie fand nur Michel. Er lag in einem Regal und schlief mit ein bisschen Wurstpelle um sich herum. Und so hatte er stundenlang geschlafen, während Inka Tult alle geweint und nach ihm gesucht hatten. Fast alle Festmahlwürste hatte er aufgegessen. Nur ein ganz kleines Zipfelchen war noch übrig, als Lina kam. Oje, Mine, oje, Mine, was für ein Kind, hat Lina vermutlich gesagt. Eines Tages gab es in Katult zum Mittagessen eine herrliche Fleischsuppe mit Gemüse. Michel schlürfte zwei Teller Suppe in sich hinein und dann steckte er den Kopf in die Suppenschüssel, um auch den letzten Rest noch aufzulecken. Das aber hätte er nicht tun sollen, denn als er den Kopf wieder herausziehen wollte, ging es nicht. Au, ich stecke fest, schrie Michel. Ach, was gab das für eine Aufregung in Katult. Alle zerrten und zogen an Michel, um ihn aus der Schüssel rauszubekommen. Aber nein, es ging nicht. Da mussten seine Eltern mit ihm zum Doktor fahren. Ratet mal, ob der Doktor verblüfft war, als eine Suppenschüssel zu ihm hereinmarschierte, in der ein kleiner Junge steckte. »Guten Tag«, sagte der Doktor, »was suchst du denn da drin?« Michel machte eine Verbeugung. Er wollte ja höflich grüßen. »Doch stell dir vor«, da schlug er zufällig mit der Schüssel an den Schreibtisch vom Doktor. »Peng« machte es, und da lag die Schüssel und war in zwei Teile zersprungen. Also brauchte der Doktor Michel gar nicht mehr aus der Schüssel herauszuhelfen. Die Kathulter fuhren wieder nach Hause, und Michels Papa klebte die Schüssel wieder zusammen und stellte sie auf den Tisch. Da freute sich Lina. »Jetzt können wir in Kathult wieder Fleischsuppe essen«, sagte sie. Aber als Michel und Ida abends allein in der Küche waren, fragte Ida, »Michel, wie hast du den Kopf nur in die Schüssel gekriegt?« »Das war keine Kunst«, sagte Michel, »ich habe einfach so gemacht.« Und dann schrie er, »Au, jetzt stecke ich schon wieder fest.« In diesem Augenblick kam seine Mama in die Küche. Und da stand nun ihre Suppenschüssel, genau wie vorher, mit Michel darin. Da wurde sie ganz wild, nahm den Schürhaken und schlug auf die Schüssel ein, dass die Scherben flogen. Peng machte es, und dann war Michel frei. Aber die Suppenschüssel hat niemand wieder kleben können. An einem Sommertag mitten in der Kirschenzeit geschah in Kathult etwas Entsätzliches. Michel hatte ein eigenes kleines Schwein, das Knirpsschweinchen genannt wurde. Und dieses Schwein folgte ihm auf den Fersen genau wie ein Hund. Aber gerade an diesem Tag war Knirpsschweinchen ganz allein im Stall, als Michel mit einem Eimer vorbeikam. Knirpsschweinchen dachte, er bringe ihm Futter. Aber da dachte es falsch. Michel war auf dem Weg zum Misthaufen, denn der Eimer war voll vergorener Kirschen. Sie waren übrig geblieben, als Michels Mama Kirschwein angesetzt hatte. »Michel, geh und vergrab diese Kirschen im Misthaufen«, hatte Michels Mama gesagt. »Von vergorenen Kirschen wird man betrunken, und deshalb muss man sie vergraben.« Aber das wusste Michel ja nicht. Er fand, ebenso gut könnte Knirpsschweinchen die Kirschen haben. Also schüttete er sie auf die Erde, damit sein Schwein davon essen konnte. Der Hahn kam auch und pickte so viel in sich hinein, wie er nur konnte. Doch dann geschah das Entsetzliche. Knirpsschweinchen und der Hahn wurden ganz verrückt. »Kü-kü-kü-kü«, schrie der Hahn. Dort drüben gingen seine Frauen, die Hennen, ganzartig und pickten Würmer. Denen wollte er es jetzt zeigen. Der Hahn kam angestürzt, er krähte und schrie und jagte die armen Hühner vor sich her. Und Knirpsschweinchen kam schrill grunzend hinter ihm hergerannt. Arme Hühner, sie standen Todesängste aus und plötzlich fielen sie um, eins nach dem anderen und lagen wie tot im Gras. Da wurde Michel auch ganz Angst und Bange. Er begriff nicht, was in den Hahn und Knirpsschweinchen gefahren war. »Vielleicht stimmt etwas mit den Kirschen nicht«, dachte er. Deshalb hob er ein paar davon auf und kostete sie. Und dann noch ein paar, denn die Kirschen schmeckten gut, fand er. Als in Kathuld Abendbrotzeit war, saß kein Michel bei den anderen am Küchentisch. »Lina«, sagte Michels Mama, »sieh mal nach, ob Michel draußen bei Knirpsschweinchen ist.« Lina ging und nach einer Weile kam sie zurück. »Was machst du denn für ein merkwürdiges Gesicht?«, fragte Michels Mama. »Ist etwas passiert?« »Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll«, antwortete Lina. »Aber die Hühner sind jedenfalls tot. Und der Hahn ist besoffen. Und Knirpsschweinchen ist besoffen. Und Michel, der ist auch besoffen.« »Stell dir vor, wie entsetzlich!« »Das war ein Kummer und ein Jammer in Kathuld.« »Man kann es kaum beschreiben.« Doch am nächsten Tag war Michel wieder nüchtern und da ging er mit seiner Mama zum Gut-Templer-Haus und gelobte, sich in seinem Leben nie wieder zu betrinken. Und das tat er auch nicht. Nie, nie wieder!« Knirpsschweinchen und der Hahn blieben von diesem Tag an ebenfalls nüchtern. Und die Hühner, die waren gar nicht tot. Sie waren nur ein bisschen ohnmächtig geworden. Was für ein Glück! Eines Morgens wurde Lina auf ihrer Küchenbank davon wach, dass sie eine große Maus übers Gesicht lief. Lina schrie laut und alle kamen angelaufen, um zu sehen, weshalb sie so schrie. »Mäuse in der Küche? Das fehlte uns noch!« sagte Michels Papa. »Die werden uns alles Brot und allen Speck auffressen. »Ja, und mich!« sagte Lina. »Die Maus werde ich fangen!« dachte Michel. Das war wohl ein guter Gedanke. Aber leider wurde aus Michels guten Gedanken selten etwas Gutes. An diesem Abend stellte er eine Mausefalle unter dem Küchentisch auf, denn er dachte, die Maus würde dort bestimmt nach heruntergefallenen Brotkrümeln suchen und schnurstracks in die Falle gehen. Nun lief aber Michels Papa frühmorgens gern barfuß im Haus herum und er trank seinen Morgenkaffee meistens am Küchentisch, lange, ehe die anderen aufgewacht waren. Da kam er nun also am nächsten Morgen, barfuß wie gewöhnlich, und steckte den großen Zeh genau in Michels Mausefalle. Michels Mama wachte auf, als sie hörte, wie Michels Papa in der Küche so laut losbrüllte, dass es in ganz Lönneberger zu hören war. Und als sie sah, dass keine Maus, sondern Michels Papa in der Falle steckte, zerrte sie Michel aus dem Bett und rannte mit ihm zum Tischlerschuppen, damit sein Papa sich ein wenig beruhigen konnte, ehe er Michel wieder sah. Aber das war noch nicht alles. Am selben Tag wollte Michels Mama Palt kochen. Das sind schwarze Blutklöße mit kleinen Fleischstückchen, wie man sie in Smorland isst. Und als nun Michel aus dem Tischlerschuppen kam, stand eine große Tonschüssel voll Blutklosteig auf dem Küchentisch. Sein armer Papa hatte sich ins Gras vor dem Küchenfenster gelegt, weil sein Zeh noch immer weh tat. Und nun wollte Michel seinem Papa eine Freude machen. Guck mal, Papa, heute gibt's Blutklöße, schrie er und hielt die Schüssel zum Fenster hinaus, damit sein Papa den Teig sehen und sich darüber so richtig freuen konnte. Aber denk nur, was da Schreckliches geschah. Michel konnte die Schüssel nicht mehr halten, und der ganze Blutklosteig klatschte seinem Papa aufs Gesicht. Michels Papa sagte nur Blubb! Denn mehr kann man nicht sagen, wenn man das ganze Gesicht voll Teig hat. Das brauchst du nur auszuprobieren. Eines Tages kam die Frau Pastor zu Besuch. Sie war eine sehr feine Dame mit großen, wunderschönen Federn am Hut und sie wollte sich von Michels Mama ein Webmuster borgen. Sie nahm eine Lupe aus ihrer Handtasche, um das Muster genau betrachten zu können. Und dann trank sie Kaffee, zu dem Michels Mama sie einlud. Du kannst die Lupe gern ein Weilchen haben, sagte die Frau Pastor zu Michel. Das hätte sie nicht gesagt, wenn sie Michel ein klein wenig besser gekannt hätte. Ich möchte wissen, ob man die Lupe auch als Brennglas verwenden kann, dachte Michel, als er sah, wie das Glas die Sonnenstrahlen zu einem einzigen glühenden Punkt zusammenzog. Das muss ich ausprobieren, dachte er. Und Frau Pastors Federhut schien ihm am besten geeignet für seinen Versuch. Auf einmal fing es um die Frau Pastor herum richtig an zu qualmen. Und hätte Michels Mama das nicht gesehen und laut geschrien, wäre die Frau Pastor womöglich in Flammen aufgegangen. Aber das habe ich ja gar nicht gewollt, sagte Michel und war aufrichtig betrübt. Nicht gewollt. Nun, das wollen wir doch hoffen. Aber trotzdem, o je, Mini, was für ein Kind. Den Rest des Tages saß er im Tischlerschuppen.